Herzlich willkommen bei dem Podcast. Es ist der Podcast heute mit mir, Sinan Kurtulusch, aber nicht nur mit mir, sondern auch mit Klaus Kauker. Schönen guten Tag, schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet. Und wir haben noch keinen Namen tatsächlich, deswegen sind wir vorläufig der Podcast. Obwohl ich sagen muss, du hast es gerade schon gesagt, der Podcast, es ist schon, es ist, also wenn du sagst, du bist der Podcast, dann sind alle anderen ja nicht der Podcast. Verstehe, ja. Dann kann es nur noch die Podcast drin geben, damit es gendertechnisch ausbalanciert ist. Wir haben gerade in unseren demografischen Analytics mal geguckt und festgestellt, dass wir erschreckend gleiche Statistiken haben, was unsere Zielgruppen angeht. Ich glaube, bei mir waren es etwas mehr Frauen als bei dir. Ja, aber lehn dich da mal nicht so weit aus dem Fenster. So viele sind es jetzt bei dir auch nicht. Also es geht um unsere YouTube Channels. Deine ist zwar von der Anzahl her von den Abonnenten natürlich bedeutend größer prozentual. Ja, aber die Qualität der Abonnenten ist bei dir natürlich ums Zehnfache. Das macht es, das kompensiert es natürlich. Ach so, bei mir ist schon der Filter drauf. Ja, auf jeden Fall, es geht darum, wie viele, wie sieht das bei uns aus, wie viele Männchen und wie viele Weibchen folgen uns denn oder sind bei uns Abonnenten? Und ja, sag mal, deine Prozentzahl? Bei mir waren es 87 Prozent Männer. Ja, und eben 13 Prozent. Oder man weiß es nicht, ne? Warte mal, YouTube hat gar nichts dazwischen, ne? Es gibt nur männlich und weiblich. Ach so, du meinst, die streichen sich so ein Revenue-Share ein, ne? Und bei mir waren es sogar 97 Prozent Männer. So, und jetzt ist die Frage, machen wir es mit diesem Podcast noch schlimmer oder kriegen wir jetzt noch einige vom, ja, vom anderen Ufer, kann man ja nicht sagen, ne? Nee, nee, die Weibchen irgendwie, ja, wir müssen einfach sehr, sehr charmant sein, Klaus. Also wir beide sind natürlich absolute Musikexperten. Ich glaube, wir dürfen da nicht zu tief stapeln. Und wollen uns hier in diesem Podcast ein bisschen wild über die Musik austauschen, ohne, und das ist ganz wichtig, in so einen Nerd-Talk zu verfallen. Ich glaube, es ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Ja, ich weiß auch nicht. Also wir hatten uns vorher abgesprochen, dass wir sagen, also wir gehen jetzt nicht, wenn wir irgendeinen Track analysieren oder so, dass wir nicht frequenztechnisch bis ins kleinste Detail gehen oder Harmonielehre en masse betreiben, weil wir dann natürlich dann die Zielgruppe echt wieder sehr, sehr schmal halten. Das wollen wir eigentlich nicht. Es soll letztendlich schon irgendwie natürlich auch Unterhaltung sein. Genau, Musik geht ja auch irgendwie alle an. Und wir, also für uns ist Musik, ja, der Lebensmittelpunkt, zumindest in beruflicher Hinsicht, kann man sagen. Und deswegen denken wir auch, dass Musik so einen Podcast verdient. Wir sind nicht so 100 Prozent sicher, wie die deutschsprachige Podcast-Landschaft da aussieht, glauben aber so wirklich als Kernthema Musik, zumindest kenne ich da nichts. Ich weiß nicht, kennst du? Und ich bin da auch ehrlich, wobei ich auch mittlerweile sage, ich versuche mir eigentlich das abzugewöhnen, so zu schauen, ob es das gibt oder nicht. Weil ich mir so denke, wenn ich das Gefühl habe, es hat eine Daseinsberechtigung, dann mach es einfach. Ja, genau. Dann lass es einfach tun. Weil ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt gucken würden, gibt es schon einen Music Talk Podcast und dann sitzen wir da und denken so, ja, der wäre jetzt so 70 Prozent gut von dem, was wir so machen würden. Und dann fängt man irgendwann an zu zweifeln, ja, sollen wir das auch machen? Und dann denke ich mir, nee, komm. Hast du die Schere im Kopf, ne? Ja, ja. Also ich kenne einen Englischen, der heißt Song Exploder, den kann ich direkt mal hier empfehlen, weil man soll ja auch immer schöne Podcast Props abgeben. Das ist so ein Podcast, wo Produzenten interviewt werden, zum Beispiel derjenige, der den Soundtrack von House of Cards gemacht hat. Der erzählt dann mal so ein bisschen, ja, wie die Idee entstanden ist und es ist auch manchmal sehr interessant. Man denkt ja, so eine krasse Netflix-Produktion, das bestimmt ein Riesenstudio, also der hört sich an wie so einer, der auch so im Wohnzimmer, so Home-Recording-mäßig so, ja, da habe ich mir so einen Trompeter eingeladen, hat gespielt. Ich habe den auch nur leise reingemischt, da war das mit der Qualität nicht ganz so entscheidend oder wie auch immer. Das ist echt, echt sehr nahbar, deswegen, das kann ich sehr empfehlen. Wie war das? Music Explorer oder was? Song Exploder. Song Exploder, völlig falsch. Ja, sehr liebevoll gestaltet. Naja, und also zum einen ist Musik uns wichtig, zum anderen finden wir, glaube ich, auch Podcast ist eigentlich das ideale Medium für Musik, weil hier geht es halt um die Ohren und es ist vielleicht auch immer mal ganz entspannend. Ich mag sogar also sehr dieses Format Lose. Wir haben uns zwar für heute auch ein kleines Thema überlegt, aber ansonsten brauchen wir nicht Jingles, Trainer, hier die krassesten an Moderationen und dass wir jetzt auf Teufel komm raus irgendeine Form einhalten müssen, sondern das, finde ich, ist gerade so der Reiz am Podcast. Ja, ich behaupte jetzt aber einfach nur, Entschuldigung, ich behaupte einfach nur, dass am Ende noch ein Knaller kommt, nur damit alle dranbleiben. Genau, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt auch noch was zu gewinnen am Ende. So sieht es aus. Genau, du hast da Kopfhörer geschenkt bekommen oder darf man das nicht sagen? Doch, darf man sagen. Ich bin da ganz, ganz transparent. Das habe ich eh schon mit in einem anderen Video kommuniziert. Also wir haben gerade herausgefunden, dass wir die gleichen Kopfhörer haben, nämlich von Bayer Dynamik, wobei es auch andere tolle Kopfhörer gibt, von Audis zum Beispiel. Oder AKG. Ja, genau. Ganz viele, ganz viele. So, aber zurück zur Musik, oder? Ja, also, wir haben nämlich gerade überlegt, Musikindustrie verdient eigentlich so einen Podcast. Musik bedeutet uns und vielen anderen sehr viel. Aber eigentlich, gerade wenn wir mal Böhmermanns Menschenleben, Tanzen, Welt mal als Aufhänger nehmen, ist, glaube ich, die Musik, steckt die Musikindustrie auch in einer extremen Krise, so die deutschsprachige. Oder was meinst du? Ja, ich weiß gar nicht. Also dieses Menschenleben, Tanzen, Welt war ja letztlich eine Kritik daran, jetzt an dieser deutschsprachigen Musik, die so ein bisschen auf Singer, Songwriter macht, aber im Grunde eigentlich auch nur Schlager ist. Also ich weiß gar nicht, haben das eigentlich alle auf dem Schirm? Also der Jan Böhmermann hatte, wie gesagt, so eine Parodie gemacht von so einem typischen Max-Gie-Singer-Song oder wie sie alle heißen, Tim Bensko und kritisiert da halt so ein bisschen, dass es so getan wird, als wäre das jetzt so dieses Singer-Songwriter, ich verarbeite hier mein wirklich hartes Leben, aber eigentlich ist es auch nur so. Ja, vom Sohn von Rolf Zukowski halt geschrieben. Das sagt vielleicht schon viel, vielleicht auch nicht, aber Menschenleben, Tanzen, Welt sind so Buzzwords, die in ganz vielen Singer-Songwriter-Songs auftauchen, wo man irgendwie merkt, okay, da fühlen sich vielleicht viele Zuhörer, ich sage jetzt mal getriggert. Also es geht ja darum, dass die dann selbst so ein bisschen resonieren sollen mit dem Song, dass eigene Erinnerungen damit verbunden werden und viel hineinprojiziert wird einfach. Und Jan Böhmermann kritisiert halt, dass da quasi null Substanz hinter steckt und dass halt so einer wie Max Giesinger dann auch gerne in Interviews sagt so, ja, also das Besondere an unseren Songs ist, glaube ich, dass sie wirklich aus dem tiefsten Herzen kommen. Also er spielt diese Rolle, wenn man jetzt mal böse ist, halt auch in den Interviews. Ich weiß gar nicht, kann man ihn eigentlich auch noch nicht mal zum Vorwurf machen, weil viele wollen einfach auch verzaubert werden. Viele interessiert gar nicht, ja, ob das jetzt von ihm ist oder so. Hauptsache ist der Song, der am Ende rauskommt, ist für die etwas Besonderes. Und wenn die halt aus so einem, ja, vielleicht ein bisschen lieblos zusammengeschusterten Ding, aber echte Gefühle empfinden, wo ist eigentlich das Problem bei der Sache? Ja, ich muss auch sagen, also ich fand, als ich das von Böhmermann gesehen habe, es war jetzt nicht so, dass ich so sofort auf dem Feldzug mit eingestiegen bin und habe gedacht so, ja, genau, endlich sagt es mal einer. Es war eher für mich so, dass ich so dachte, ah, interessant. Ist mir noch gar nicht so aufgehend, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, an mir geht diese Musik sehr, sehr krass vorbei. Also Max Giesinger, ich kann es jetzt ehrlich sagen, ich hatte den Namen vorher nicht auf dem Schirm. Ja, der war mal bei The Voice. Ah, okay. Ist da, glaube ich, aber auch im Final als Erster rausgeflogen. Ivy Kwanoo hatte da gewonnen. Das ist, weiß ich gar nicht, die erste oder zweite Staffel von The Voice. Und da war der auch noch gar nicht mal so gut. Wenn man sich da noch mal YouTube-Clips anguckt, hat der auch sehr schief gesungen damals noch. Aber trotzdem, ich sage mal so, das Tambre war damals schon sehr gut. Und ich war dann auch echt überrascht, dass der jetzt auf einmal so durchstartet. Und ein Freund von mir kennt ihn oder sein Kumpel oder wie auch immer. Also so über drei Ecken weiß ich zumindest, dass er wohl auch echt viel selber schreibt. Also was die Songs angeht und so. Wobei wir da auch wieder fast so ein bisschen bei dem Thema wären, warum wir diesen Podcast auch machen. Jetzt springe ich wieder einmal auf die obere Ebene. Wir machen das auch ein bisschen als Selbsttherapie, weil wir einfach auch beide super frustriert sind, wie wenig Ahnung wir eigentlich über die Interna und Hintergründe haben. Vielleicht hilft es, wenn wir wild spekulieren. Vielleicht finden wir da immer ein Körnchen Wahrheit. Vielleicht gibt es auch welche unter den Zuhörern, die was Sinnvolles beitragen. Und wer weiß, wenn sich hier raus was Großes entwickelt, dann kriegen wir vielleicht auch mal den einen oder anderen illustren Gast, der uns da mal so Licht ins Dunkel bringt. Weil irgendwie ist das auch alles total undurchsichtig. Ich finde einen ganz interessanten Punkt, den du gerade sagst. Ich hatte das schon häufiger mal, das hatte ich auch, also ich habe ja früher schon mit Gimbal so eine Sendung gehabt, Gimbal und Sinan TV. Und ich habe auch häufiger mal was einfach so spekuliert. Ich habe einfach so meine Gedanken so gesagt. Ich habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das so oder so ist. Und irgendwann ist dann mal nachträglich rausgekommen, das stimmte zum Beispiel nicht. Und das haben mir Leute sehr, sehr krass vorgeworfen. Die haben dann gesagt, ja, ich will erst mal schlau machen, bevor man irgendwas sagt. Und dabei habe ich es eigentlich immer gekennzeichnet, wenn ich sage, ich könnte mir vorstellen, dass es so ist oder so. Es wäre eine Theorie von mir. Und ich finde das irgendwie ganz interessant, dass Leute einem das vorwerfen. Weil was ist denn eigentlich so schlimm daran, mal falsch zu liegen? Ich finde das gar nicht schlimm. Also ich finde das wirklich nicht schlimm, wenn man sagt, ich habe mir Gedanken gemacht, ich hätte eine Idee. Und am Ende sagt einer, ja, tolle Idee, tolle Gedanken, stimmt aber nicht. Dann sage ich, ja, okay, ist ja okay. Dann habe ich mich halt geirrt, ist ja nicht schlimm. Ja, außerdem, ich sage jetzt mal provoziert, ist ja halt auch den einen oder anderen Zuhörer da mal was klarzustellen. Und diese Debatte ist eigentlich das, was den Laden am Laufen hält. Also überhaupt erst mal Energie sozusagen ins System reingeben. Ja, und dann, ja, wenn der Laden dann so ein bisschen anfängt zu rollen, dann kommt am Ende eigentlich immer was Gutes dabei raus. Was auch der Grund ist, warum man eigentlich Podcast meiner Meinung nach nicht alleine machen kann. Ich finde es immer total wichtig, gerade wenn man dann eben so ein bisschen wild Theorien sich an den Kopf wirft, dass man da auch ruhig mal so ein bisschen Gegenwind direkt hat oder dass halt irgendwie klar ist, es ist jetzt echt nur so ein Talk. Man, ja, man schwafelt ein bisschen rum, ohne den Anspruch zu haben. Ich habe jetzt hier journalistisch vorgearbeitet und trage jetzt meine Ergebnisse ans Tageslicht. Genau, also wenn irgendwer jetzt schon der Meinung ist, nee, bei Minute so und so, da haben die zwei aber irgendwie völligen Kappers geredet, dann, ihr kennt das ja bei YouTube, einfach die Minute markieren, ne? Oder den Bereich, den Bereich von 0 Sekunden bis Minute, weiß ich nicht, wie lange laufen wir denn überhaupt schon? Du weißt gar nicht, ich hatte das vorher gestartet, ich schätze mal 10 Minuten oder so. Immer hier bei Logic hat man immer so dieses Takt-Ding, jetzt muss ich erstmal hier auf Zeit umstellen. Ich bin, glaube ich, schon bei, bin ich schon bei 18 Minuten? Ja, aber wir hatten angefangen, da haben wir die Anmoderation. Ach so, das zensieren wir alles. Ah, das zensieren wir, da haben wir ja noch. Die Plus-Abonnenten, die uns finanziell unterstützen, die kriegen exklusiv immer das, was vorher läuft. Die Pre-Talk kriegen die mit, nein. Soweit sind wir, wir wissen auch überhaupt nicht, wir wollen das jetzt erstmal so als Spaß einfach mal anlaufen lassen, gucken, wie von euch so das Ding ist. Und komm, lass uns doch mal über Fans reden, ja? Wenn wir über die Musikindustrie reden, dann würde ich ja sagen, so das eigentliche Triebmittel sind ja eigentlich die Fans, die Künstler abfeiern oder, was meinst du, sind es heute noch die Künstler, die da überhaupt abgefeiert werden? Also vor allem ist ja die Frage, wenn wir mal jetzt sagen, wir reden von, also wenn wir von Musik reden, du sagst jetzt von großen Künstlern, reden wir von denen, die jetzt auch finanziell groß sind, ne? Also nicht die, die wir jetzt ideell groß finden, sondern wir reden jetzt von, die jetzt auch irgendwie damit gut Geld machen. Keine Ahnung, ja, vielleicht, vielleicht beides. Also, ich frage mich ja immer, man hat dann irgendwie, man ist ein großer Star, dann hat man Fans und das Geld, wie kommt das Geld ins System? Das Geld kommt durch, man sagt, also ich, kannst dir aus meiner Sicht jetzt immer sagen, mein Chef sagt immer, also mein Label, die sagen immer, ja, mach mal Lieder, das ist gut. Und irgendwann müssen wir mal überreden, dass wir mal Auftritte machen. Weil, ähm, wirklich, ne, die reinen Streamverkäufe, Streaming-Einnahmen und, ähm, hier MP3-Download, der geht ja wirklich, das verschwindet ja bald. Äh, das ist halt wirklich schwierig, so. Also irgendwo soll ich, wenn's möglich ist, ähm, ne Veranstaltung haben, weil, ne Veranstaltung... Ja, als DJ, ne? Ja, genau. Also du bist, du künstler als DJ, okay. Ja, also ich bin hauptsächlich Produzent, kann auch auflegen, äh, bin gar nicht so ein Fan vom, vom Auflegen. Also, ich find, das macht mir Spaß, aber ich bin lieber wirklich interessanterweise im Studio, weil das, das, also das liegt gar nicht so sehr am Auflegen. Das Auflegen find ich toll, aber, äh, das, das Auflegen von elektronischer Musik bedeutet auch immer Nachtleben. Und das bedeutet immer sehr, sehr, sehr spät. Ja, aber du machst das privat oder streamst du da auch was auf Twitch oder irgendwas Cooles? Nee, 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 das... Wirst du die Leute dran teilhaben? Äh, nee, also wenn, wenn, Auftritte sind dann halt immer nur hier, äh, quasi in der Region bei irgendwelchen Veranstaltungen oder so. Aber das ist auch nicht viel, aber, ähm... Hast du denn Fans? Ob ich Fans hab? Ich glaube schon. Es sind aber gar nicht so viele, aber ich glaube, ich hab schon Fans. Und die, ähm, kommen, also die hast du gewonnen über Auftritte oder, äh, über deine Releases? Die sind, die sind wahrscheinlich, ähm, die meisten, würde ich mal sagen, also aufmerksam geworden über die Releases. Und ich glaube, viele so Fans geworden sind sie dann wirklich, ähm, ähm, eher über, ähm, Futorial und über, gehen wir mal und ziehen an TV? Also in dem Moment, wo man, wo man, wo man mich eigentlich so ein bisschen kennengelernt hat, ne? Weil das ist ja, weil das ist ja, weil die Musik ist ja so eine Sache, das, das ist so der, der, sozusagen die Eintrittskarte, aber das Fan werden, hätte ich jetzt mal geschätzt, wäre erst so, wenn man, wenn man die Person so über andere Sachen, ne? Vor allem natürlich, wenn die Person mal was sagt. Also Musik ist jetzt so, so lala, aber der Typ ist eigentlich ganz cool, der die macht. Oder was, was lieben die Fans an dir? Überleg mal. Ich glaube, ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht, ob ich, ich glaube, es ist, ähm, das haben wir früher bei Gilman und Zinan schon immer gesagt, ich glaube, es ist sehr schwer, Fan von uns zu sein. Wir machen es, wir machen es den Fans, die wir haben, den machen das echt schwierig, äh, schwer, den machen wir es schwer, weil... Ihr habt halt Ansprüche an eure Fans, ne? Ja, ja, wir sind immer so, wir sind nicht so, so einfach, dass wir so sagen, ähm, hier, die Käppi ist cool, die Sonnenbrille ist cool, der Song ist cool, sondern wir gehen immer hin und sagen, hey, wenn du die Käppi gut findest, ist die Käppi cool und wenn du die Käppi cool findest, dann ist vielleicht die Käppi cool und eigentlich kannst du auch gar keine Käppi anziehen, ist eigentlich völlig egal, du kannst auch machen, was du willst. Und dann steht der Fan da und denkt sich so, hä, was soll ich denn jetzt tun? Ja, das heißt, bevor man seine Fans charakterisiert, muss man erstmal wissen, wer man selber ist eigentlich, ne? Man muss es hinkriegen, sich selbst innerhalb von einem Satz eigentlich zu charakterisieren, ne? Jetzt überlege ich gerade schon selber. Ja, was bist du? Du bist auch so ein vielseitiger Mensch. Ja, das ist halt das Problem mit diesen Generalisten, ne? Die so auf verschiedenen Welten unterwegs sind, ähm. Ja, stell mal vor, du würdest jetzt, du würdest jetzt nur, nur Piano spielen und nur Piano unterrichten, dann wärst du der Piano-Klaus. Ja. Das wäre einfacher. Ich war ja lange, ja, du wirst es nicht glauben, aber ich war ja lange Zeit der Plagiats-Klaus. Ach so, weil du aufgedeckt hast, ne? Oder der, genau. Oder der, 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 Musik, Musikkommissar Klaus, aber da gab's tolle Alliterationen. Okay. Wirklich Wahnsinn. Ähm, auf jeden Fall, ähm, bin ich ja damit so ein bisschen eher so in, in den Bekanntheitsgrad gelangt, weil ich Analysen gemacht hab und dann ja auch hier Dieter Bohlen mal ordentlich ins Visier genommen hab, ne? Und gesagt hab so, jo, also, ähm, lieber Dieter, aber der Song ist halt eins zu eins von David Guetta übernommen und dann mal so, ähm, mit dem Skalpell sozusagen angesetzt hab. Ja, und, ähm, offensichtlich auch für viele verständlich dann so, ja, die einzelnen Punkte so herausgearbeitet hatte. Und, ähm, ich war erst mal recht überrascht von dem Zuspruch, den das hatte, weil für mich war das eigentlich eher so ein Video wie viele andere Videos auch. Ähm, und, ähm, dann hab ich mich zunehmend irgendwann auch nicht mit dieser Rolle so wohl gefühlt, in der ich dann auf einmal so gesteckt hab, ne? Also viele, ähm, hatte man dann halt auch so ein bisschen was, äh, wie soll ich sagen, ist ein bisschen negativ, ne? Weil du denkst ja, du bist ja schon, sag ich mal jetzt ganz breit, du bist ja natürlich für den Bohlen und für Bohlenfans bist du ein Arsch. Nee, ach, das weiß ich gar nicht. Oder war das nicht so? Ja, für viele vielleicht, wobei ein Dieter Bohlenfan hat mich zu sich nach Hause eingeladen, der hat jedes, jede Scheibe, also wenn Dieter Bohlen das wüsste, dass es so einen krassen Fan von ihm gibt, dann wird der den wahrscheinlich auch besuchen fahren, aber, ähm, das war richtig, richtig nett mit dem zusammen, ähm, und, ähm. Also der hat dich nicht, der wusste, was du tust, der wusste, dass du... Ja, ja, der hat mich kennengelernt über meinen Dieter Bohlen-Plagiats-Ding und hat mich zusätzlich eingeladen und, ähm, hatte einfach auch mal so von seiner, seinem Leben mit Dieter Bohlen erzählt. Man muss sich vorstellen, der hat den seit Anfang an begleitet, das ist ja genauso dieses YouTube-Phänomen, ja, also du kannst ja einen YouTuber auch nicht auf ein Video reduzieren, sondern die Fans, die den lieben, lieben den halt, weil sie den seit Jahren seinen Prozess auch verfolgt haben, was du ansprachst, mit dem Kennenlernen und so, ne, eine Verbindung kriegen. Und die hatte der halt einfach, oder hat er zu Dieter Bohlen und hat das auch selber extrem traurig empfunden, so, dass mit DSDS und so er sich da nochmal extrem gewandelt hatte, ne. Und, äh, also er, er würde jetzt immer noch jede Platte kaufen, alleine der Vollständigkeit halber, ne. Klar, der Sammeltrieb gewinnt. Also so viel Fan ist er halt, genau. Äh, aber er, ähm, er konnte da auch mich sehr gut nachvollziehen. Also, das ist noch nicht mal so der entscheidende Punkt, aber was mich viel mehr gestört hat, war, dass ich bei jeder Scheibe, die irgendwie neu rauskam, ne Mail bekommen hab, Klaus, kann das nicht sein, dass die Melodie schon in dem und dem Song war, untersuch das mal, mach mal ein Video da drüber, deck das mal auf, ne. Da hab ich erst mal gelernt, dass die Menschheit wahnsinnig so auf Skandale schielt, ne. Also, du musst wirklich einfach nur Skandal, aufgedeckt, Betrug und so in deine Videotitel schreiben. Schon kriegst du wirklich doppelte bis zigfache Viewzahlen da drauf. Ähm, und, äh, dann fand ich es tatsächlich nach einer Zeit gespenstisch. Also, erst, ich wusste das alles ja vorher nicht. Ich hab da sehr viel gelernt, so über, über so, 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 so gesellschaftliche, äh, ja, ähm, Bewegungen und Wellen oder so. Ähm, und, ähm, dann war mir das nachher wirklich, ähm, unheimlich, dass ich mich nachher ein bisschen verantwortlich gefühlt hab, dass einige Leute gar nicht mehr richtig auf die Musik hören, ne, dass die die Musik gar nicht mehr so genießen können, äh, sondern sofort schauen, so, warum könnte das scheiße sein? Warum ist das vielleicht nur, nur Betrug, ne, äh, und dann hast du wieder, wo könnte man, wo findet man eine Schwachstelle da drin, ne, anstatt vielleicht die 90% des Songs zu genießen, die richtig toll sind, ne, frei von jedweder Kritik, wird dann geguckt, oh, die drei Töne, die gab's doch schon bei Mozart, oder? Also, was man heute hört, ist ja alles ganz katastrophal. Also, das heißt, du hattest so ein bisschen das Gefühl, äh, was du anfänglich mal so als bisschen Aufklärung geplant hattest, war dann irgendwie so, dass die, dass du das Gefühl hast, jetzt hast du da Leute ausgebildet und die... Das hat so eine Eigendynamik irgendwie entwickelt, das, ähm, gab's jetzt sogar bei Bibis Song, den kennt natürlich jeder, ne, Bibis Song hattest du auf deiner Plattform und ich auch, ähm, mit Wappbapp, gab's gestern noch beim Webvideopreis, durfte ich Barbara Schöneberger begleiten, als sie Wappbapp gesungen hat, königlich, äh, übrigens gestern auch ein gewisser Eklat von den Lochis, die sich, ähm, vor, äh, Bibi gestellt haben und gesagt haben, die arme Bibi liegt am Boden und dann auch noch nachtreten, das geht gar nicht, schämt euch für euer Verhalten. Ich stand so auf der Bühne, dachte mir, oh, ich hab auch ein Video über Bibi gemacht. Aber, aber, also, du hast auch kein Negativs gemacht, ich hab ja auch kein Negativs gemacht. Nee, haben viele nicht und, ähm, da auch, nur das nur so als Nebensatz, ähm, ich, ich kenne Bibi zwar nicht persönlich, aber ich trau ihr total zu, dass sie genau wusste, so, worauf sie sich erinnert, was sie macht, also ohne Scheiß, also das, ich kann das von den Lochis gar nicht mal so ganz verstehen, äh, aber offensichtlich kennen sie die und, äh, offensichtlich hat ihr das tatsächlich emotional zu schaffen gemacht, weshalb sich vielleicht die Lochis dazu bewogen gefühlt haben, da einmal für sie einzustehen. Also, so eine Bibi hat doch auch ein krasses Management, oder nicht? Ja, ja, eben, genau. Also, da wird da wohl, also ich hoffe, da hat mal irgendeiner auch vorher gesagt, okay, pass auf, äh, wir machen jetzt einen Song und, äh, Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Da mach dich mal drauf gefasst, äh, da kommt eine braune Lawine natürlich, das war ja klar, also. Naja, auf jeden Fall gab es halt auch dieses Plagiatsvideo, ne? Ähm. Achso, ja, ich kann, ich bin anders von, ja, das... Er hat über, ich glaube, ich weiß nicht, hat vielleicht jetzt schon sogar mehr als eine Million Klicks, äh, ich weiß nicht, ich, letztes Mal, als ich geguckt habe, hatten sie über eine Million Klicks, weil sie gesagt haben, das klingt wie Caught in the Middle von Lenka, was auch stimmt, ja, ist ja jetzt nicht so, als wäre das jetzt völlig absurd, aber, Leute, ey, bei, bei dem Song auch noch zu überlegen, könnte da was geklaut sein, das würde, das impliziert ja schon, man entdeckt in Bibis Song irgendwas von Wert, ja, was von woanders geklaut hätte werden können, also, äh, macht euch da doch mal locker, ne? Ja, also, auf eine gewisse Weise bereue ich das da schon, dass ich, ähm, aber konnte ich vorher nicht wissen, und ich stehe, ich stehe auch dazu. Ich verstehe, nochmal ganz kurz zum Bibis Song, ich verstehe, was du meinst, weil, also, ähm, dieser Plagiatsvorwurf ist natürlich erst dann schlimm, wenn du was hast, was wirklich irgendwie super gut ist, was total viele berührt hat, und dann hast du so diese Erschütterung und sagst, ah, nein, es ist geklaut, so, aber wenn du jetzt natürlich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Song halt von Bibi, der jetzt nicht kacke, aber auch nicht toll ist, ob der jetzt geklaut ist, ist doch auch völlig egal. Ja, ja, eben. Die Relevanz ist ja auch, also, das, das, weiß ich nicht, da ist, da ist das, so, der Impact ist ja gar nicht so groß, wie wenn jetzt, sag ich mal, wenn jetzt rauskommen würde, Adele mit Hello, so, du findest einen Song, der ist genauso, so, das wäre krass. Ja. Das, das wäre halt ein Ding, so, das wäre ein krasses Plagiat, aber Bibi, jetzt. Wie heißt denn nochmal dieser soulige Song, ähm, mit Pharrell Williams auch, ähm, wo, wo es diese Plagiatsdebatte da gab, ähm. Ich weiß nur, in dem Video ist doch die eine nackt, oder? Genau, daran erinnert sich sie dann natürlich. Äh, wie hieß denn der Typ? Ich such das mal. Blurred Lines, Blurred Lines, genau. Und das war doch von, ähm, Marvin Gaye, was ist der? Boah, das ist alles schon so lang, also Robin Thicke und Pharrell Williams. Ja, und das, das soll, das soll plagiatisiert worden sein, glaube ich, von einem Marvin, Marvin Gaye Song. Ja, genau. Und das, ähm, das war nicht, das war schon interessant, muss ich sagen, diese Auseinandersetzung damals. Ähm, wobei, das war ja auch, glaube ich, eher so der, ähm, die Familie, die da extrem auch in die Kameras geheult hat, ne? Dass, ähm, dass ihnen ja so, so Unrecht angetan wurde und so weiter. Und wenn es da um 7,4 Millionen Dollar geht, ne, meine Güte, dann, äh, egal. Es ist ja Schnee von gestern. Also ich kann dir nur sagen, aus, aus der, ich komme ja sehr aus der elektronischen Musikrichtung, äh, da konnte ich über diesen, diesen Plagiatsvorwurf für Blurred Lines, da konnte ich nur lachen. Also wenn das ein Plagiat ist, ja, dann haben wir beim Techno und Trance haben wir ein Problem. Ja, habt ihr ein Problem, ja, ja. Dann ist, dann ist alles, also, dann ist vorbei, dann sind alles, dann kann ich auch jeden verstehen, der sagt, das klingt alles gleich. Ja, ja, mal gucken. Also ich glaube, also jetzt, jetzt heute will ich das halt anders machen. Wenn ich über Plagiate rede, dann möchte ich halt gerne auch irgendwie noch was Kreatives dazu einfach noch mit, mit reinbringen und irgendwie so, ähm, ähm, eher, eher halt so ein bisschen konstruktiv damit umgehen, ne? Anstatt die Sachen so zu zerschnibbeln. Und, äh, ich habe gemerkt, ähm, dem folgen jetzt Fans dann auch nicht so unbedingt, ne? Also, ähm, ich habe dann auch elf Monate lang jetzt gar nichts mehr auf YouTube gemacht und, äh, auf Facebook extrem rum experimentiert und auch da gemerkt, es gibt Leute, die machen da auch echt jeden Scheiß mit, ne? Also, gerade bei so Livestreams funktioniert immer mal der Ton nicht oder dann kommt der Ton doppelt, weil ich irgendwas vergessen habe auszumachen, äh, Akku ist alle zwischendurch oder dann ist es, hakt mal das Internet und, und, also, äh, äh... Aber, 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 also Fazit war dann, äh, die Leute sind, sind gar nicht so abgefuckt, also die, das... Es gibt, genau, es gibt dann echt, also weiß ich nicht, eine Handvoll Leute, ne? Das ist natürlich ein sehr exklusiver, äh, Rahmen, aber, äh, Grüße an die Stelle, ihr seid die Besten, äh, die machen den Kram mit und, äh, teilen so ein bisschen diese Leidenschaft. Äh, ich glaube halt auch so dieses Wissen, ähm, wir können gar nicht ohne Musik, ne? Also, äh, da wir eh ja schon keine Millionen damit verdienen, ähm, können wir es auch direkt aus Leidenschaft machen, so nach dem Motto. Äh, 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 und, ähm, insofern, äh, habe ich da, glaube ich, auch immer noch eine gewisse Identitätsfindungskrise, beziehungsweise wir sind vielleicht auch einfach da eine andere Generation, die das gar nicht mehr so muss, ne? Sich so super festfahren auf, äh, so ein, ein Image, ne? Sondern ich glaube, wenn man heutzutage ein Image haben will, das alleine aufzubauen, ist auch wirklich super schwierig. Du brauchst, glaube ich, mittlerweile da Experten für Social Media und für alle möglichen Bereiche, die, äh, wo auch irgendwie klar ist, ähm, ja, wie sollen nicht, wie sollen nicht Fans sehen, was sagst du halt auch so in den Interviews und so? Das fängt ja schon an, dass du, dass du, 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 ich weiß nicht, also wir machen jetzt einen Podcast, man hört uns nur, aber sobald du vor der Kamera stehst, du musst dir ja schon Gedanken machen, was ziehst du an? Was verkörperst du? Ja, du kannst ja nicht heute, äh, ein T-Shirt anhaben und nächstes Mal ein Hemd sozusagen, dann bist du, was bist du denn jetzt? Bist du jetzt locker oder bist du seriös, ne? Ja, das erfordert sehr viel Kraft einfach, ne? Und, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, was, was ich halt gerne, äh, von Leuten hätte, die mir, zuhören, ist, dass die mich auch schon kennen. Jetzt vielleicht nicht jedes private Detail, aber, äh, wenn, wenn, wenn irgendwer, also man kann, glaube ich, schon abzählen, wie viele Klamotten ich im Kleiderschrank hab, das geht, glaube ich, schon ganz gut, ne? Äh, äh, und die Alternative dazu wär halt, sich extrem rar zu machen, sich dann eben nur so von dieser einen Seite zu zeigen, mit der man halt gerne wahrgenommen werden würde, äh, und das ist schon anstrengend. Da hab ich auch großen Respekt vor denen, die das halt, äh, so durchziehen können, ne? Und die dann halt mit diesem Ein-Image, ähm, so in die Öffentlichkeit treten. Wer weiß, vielleicht, vielleicht finden wir noch unser ein, äh, ein Charakteristikum. Aber du weißt, dann bist du ja eigentlich ähnlich, du machst es deinen Fans, also auch irgendwo ein Stück weit schwer, ne? Weil sie eben nicht so dich in eine kleine Schublade stecken können, sondern du machst halt vieles und dann hast du diese Plagiatsgeschichten gemacht und dann findest du die aber selbst gar nicht mehr so, dann willst du das nicht mehr weitermachen und dann sagst du so, ey, hört mal zu, Leute, wir machen das jetzt ein bisschen konstruktiv und, und ich sag ja, das ist genau die Problematik, seh ich ja bei mir auch. Also wir haben, äh, bei GML und SinaTV war es dann häufig so, äh, wir haben sehr häufig über die Klangqualität von, ähm, den großen Namen, ne? Gestritten, also gesagt, dass irgendwie hier die, die ganz großen, äh, DJs und so, dass die teilweise Tracks rausbringen, die einfach richtig schlecht klingen. So, und da haben wir natürlich polarisiert, aber auch viele haben gesagt, ja, endlich sagt es einer und, äh, haben sich gefreut, dass wir da so ein bisschen am Schimpfen waren und, äh, als wir dann irgendwann gesagt haben, so, ja, ähm, also, ne, wir hatten dann genau das Gleiche, dann kam, krieg ich ständig eine Mail rein, so, ey, hör dir den Track an, der ist auch ganz scheiße und der ist scheiße. Ja, ja, okay, ja, dann kennst du das. Ich kenne das, absolut. Und, ähm, dann hab ich so immer gesagt, ey, wir wollen eigentlich gar nicht so negativ die ganze Zeit sein. Ne, aber... Kann das auch sein, dass das irgendwie so der Grund ist, warum uns Frauen so wenig zuhören, weil die einfach so intelligent sind, zu sagen, äh, warum soll ich mich auf alles konzentrieren, was scheiße ist, ähm, warum soll ich nicht einfach Musik hören und die Musik, die mir nicht gefällt, mach ich halt auch einfach aus, ne, ich muss nicht noch von so Nasen erklärt kriegen. Übrigens, hör dir mal an, wie kacke das ist, verbring mal, verschwende mal bitte deine Zeit mit dem Track, ne. Der ist fast so schlecht wie der, der ist nämlich auch sehr schlecht und, ja, vielleicht kriegen wir die demografische, äh, Statistik hier ein bisschen gepimpt, wenn wir doch ein bisschen positiver werden. Ja, wir müssen einfach auch Musik, äh, wertschätzen lernen. Ja. Das ist einfach das Ding. Was ist denn dein, dein Lieblingstrack? Boah, das, hui, hui, hui. Ja, jetzt so gerade aktuell. Aktuell, aktuell. Äh, kann ich, Moment, Moment, wo habe ich mein Handy? Mein Handy ist weg. Äh, ich, ich bin so fürchterlich in Namen. Das ist schon cool, ne, man wird gefragt, was ist dein Lieblingstrack und du musst erst mal bei Spotify nachgucken, was der am häufigsten gespielte Track in deiner Statistik ist. So sieht's aus, so ist es wirklich schlimm, ich, ähm, aber es sind so viel, es ist so viel, es ist einfach, ich bin mit Namen wirklich, das war auch schon damals so, der Gimbal konnte sich immer alles merken. Ah, okay. Und, äh, ich war immer der Blöd, der immer sagte, nur so, ja, geh mal, weißt du, der, 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 hm, 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 und er sagt so, ja, und dann sagt er den kompletten Namen mit Remixer und was weiß ich. Ja, ich kann das auch nicht. Ich bin auch ganz schlecht in den Namen, wobei, das ist aber meine sehr willkommene Ausrede, ne, sorry, ich bin nicht so gut im Namenmerken und damit erspart man sich viel Gehirnschmalz. Also, was ich einfach, ähm, ich sag jetzt einmal, ich sag nicht einen Lieblingstrack, aber ich sag, es ist ein Lied, was mich einfach, äh, diese letzte Woche ziemlich überrascht hat, Warte, das war, Moment, ich muss gucken, Nazco, ah, Nazco, keine Ahnung, mit Strangers im Jakob-Tilberg-Remix. Sehr geil, ich glaube, das ist auch echt das Triebmittel für unseren Podcast, keine Ahnung, was das für ein Song ist, ähm, aber cool, ähm, was gefällt dir an dem? Pass auf, äh, also, muss ich, muss ich hören. Okay. Aber erzähl, ja, erzähl. Ähm, also, ich hatte den, der war bei Spotify, ich weiß nicht, du kennst ja Spotify, gibt ja dieses, ähm, einmal so dein Mixtape der Woche und sowas, ne, so, dass das so, und ich muss sagen, also jetzt, je mehr Spotify ich benutze, desto besser wird das wirklich. Also, der schnallt schon echt langsam verrafft, der meinen komplizierten Musikgeschmack. Ja, weißt du, wo ich sehr dankbar bin, weil ich höre echt sehr viel so durch, aber ich skippe dann da so durch, ne, und ich bin heilfroh, dass Spotify das zu checken scheint, welche Songs ich mir komplett anhöre und welche ich nur so durchskippe, weil die, die scheinen da auch nicht berücksichtigt zu werden. Ne, ne, die sind da, die haben ja schon einen cleveren Algorithmus und ich hatte dann, ich war bei einer Autofahrt und hatte halt diese Spotify-Sache am Laufen und, ähm, dieser Nasco, Strangers im Jakob-Tilberg-Remix, der ist wirklich, ähm, ja, jetzt kommt's wieder, der ist gut gemischt, der ist einfach, einfach schön gemischt, der ist, ähm, wenn dann der Main-Part anfängt, das hatte so eine Wucht, damit hab ich nicht gerechnet. Ich saß im Auto, ich hab einfach, ich saß im Auto, ich hab angefangen zu lachen, also so grinsen und lachen, weil es mich einfach, äh, dann fing halt der Bass richtig druckvoll an und oben sind so, einfach nur so Glocken, irgendwie so gepitchte Glocken und, oh man ey, ja, es ist, es ist, ja, das ist wirklich extrem spezielle Art und Weise, auf die, äh, du Musik zu konzentrieren scheinst, ne? Ich bin, ich bin schon sehr Sound-Design-Fetischist, das merke ich immer wieder. Bist du denn, bist du denn dann eher auch so ein Kopfhörer-Musikhörer oder eher so ein Club-Musikhörer? Ähm, Kopfhörer-Musikhörer weniger. Ich höre schon viel mit, äh, Subwoofer und... Mit Körper. Ja, ja. Viel mit dem Bauch hörst du. Ja, 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 so. Gerade auch Auto oder so höre ich sehr gerne Musik, einfach, wenn ich, wenn ich es spüre. Und deswegen nervt mich ja auch, ähm, schlechte Abmische und Mastering so, so dermaßen, weil, wenn es schlecht gemischt ist, dann ist es laut einfach nicht konsumierbar. Ich mag, ich mag ja, wenn man, also nicht Megalaut, ich bin gar kein Fan von Megalaut, aber, ähm, so einen gewissen Pegel finde ich cool und dann aber immer noch angenehm hörbar. Und das sind eigentlich, das sind leider gar nicht so viele Lieder, wie man meint. Also, ne, das, viele, viele verkacken es dann irgendwie in den, in den blöden Frequenzen. Und der, der Song hat mich halt wirklich, ähm, ja, also da musste ich einfach grinsen. Aber ich glaube, das ist auch, auch Berufskrankheiten. Wahrscheinlich, ja. Kann, ich, ähm, also das ist ja bei mir ähnlich, dass ich, ähm, da auch sehr, ich sag jetzt mal, audiophil bin da, ne, ähm, oder auch einfach sehr wertschädig. Jetzt, äh, wenn echte Instrumente zum Beispiel zum Zuge kommen, wo ich mir vorstellen kann, wie das gespielt wurde, ne, das ist bei mir auch noch ein Argument. Ich feier ja zum Beispiel Jacob Collier sehr, der, glaube ich, letztes Jahr schon sein Album gemacht hat. Ähm, so ein, so ein Brite, junger Typ, äh, studiert halt Jazzpiano, äh, kann aber auch alle anderen Instrumente und sperrt sich dann so in seinem kleinen, äh, Räumchen ein, in seinem, ja, ich glaube, seinem Kinderzimmer. Der, äh, wohnt da bei seiner Mama und zockt einfach alles, filmt das so mit so einer GoPro mehr oder weniger und, äh, auf einem sehr hohen Niveau, äh, auch, ähm, singt halt so sechsstimmige Chöre dann so selber ein und so, äh, und da habe ich auch große Hochachtung, ähm, so von seinem Können. Macht der, macht der, macht der so, macht der so Videos und YouTube oder macht der auch, hat der auch richtige Singles, die dann so bei Spotify sind? Ja, ich glaube, ich glaube, der hat auch eigens geschriebene Sachen, aber hat auch viel gecovert, zum Beispiel irgendwie die Flintstones oder so, äh, so, was jeder kennt, aber halt so komplett, äh, anders gemacht, ähm, äh, so, äh, viel, ja, so, geht sehr in die jazzige Richtung und, äh, geht, äh, soulig, äh, sehr ab, sehr groovy, aber auch sehr komplex, ne, also so die Rhythmen, ähm, da kann man manchmal gar nicht so richtig mitzählen, aber irgendwo groovt es dann extrem und, äh, man kann das auch auf einer emotionalen Ebene sehr gut hören, finde ich, ähm, und da, äh, versuche ich jetzt auch immer noch, ähm, äh, mehr hinzukommen, gerade jetzt so, wo mein Studium langsam mal ausläuft, ähm, auch wieder mehr so den Kopf einfach mal abzuschalten und dann mehr so, ja, wirklich sich auch so vorzustellen wie so ein ganz naiver Hörer, der halt keine Ahnung von Noten ist, oder so hat, äh, das wahrnimmt, ähm, und das gelingt auch, glaube ich, ne, man muss sich da einfach auch ein bisschen zurücklehnen und Augen zumachen oder was auch immer und dann mal bestimmte Dinge dann vergessen, ähm, ist aber auch bei Jazz ganz krass, ne, also ich hab viel mit Jazzern auch zu tun gehabt im Studium und die kriegen's auch hin, gute Musiker abzufeiern bei der abgefucktesten Tonqualität, weil die natürlich diese ganzen alten LPs und so weiter gewohnt sind und die wollen dann auch immer das möglichst Originale, weil die ja echt auf jede Mini-Phrasierung dann hören, ne, und die entdecken dann andere Qualität. Genau, hören auch was ganz anderes, definitiv, also die würden wahrscheinlich bei den Sachen, die ich höre, dann musikalisch das völlig fragwürdig finden und ich freue mich quasi nur über die Klangästhetik, so über den Sound irgendwie, das ist halt was komplett anderes. Ähm, hörst du eigentlich gern Filmmusik? Nö, okay. Also, ich finde den Sound, ich finde den Sound schon geil, so, ne, ähm, aber, ähm, für mich sind das immer so die gleichen emotionalen Knöpfe auch, ne, also ich höre dann auch stark, wie's gemacht ist, ne, jetzt setzt halt der Chor noch mit ein und jetzt kommt noch der elektrische Subbass noch da drunter und alles mögliche, äh, und ich hab großen Respekt vor Hans Zimmer zum Beispiel, Hans Zimmer ist so einer, der auch hier in akademischen Kreisen immer mit so ein bisschen Nasenrümpfen mal erwähnt wird, ne, Ja, aber es ist einfach ein großartiger Typ, kann man nicht anders sagen, ne, und grad in dieser schnelllebigen, äh, Hollywood-Industrie da so eine Qualität auch immer noch abzuliefern, ne, wenn du dir da mal auch Behind-the-Scenes anguckst, irgendwie von The Dark Knight oder so, wo der dann auch wirklich nochmal mit dem Cellisten oder mit dem, äh, äh, Gitaristen richtig gefrickelt hat am Sound und, äh, alle möglichen Rückkopplungen ausprobiert hat, und so, also der nimmt sich da auch doch viel Raum einfach auch fürs, ne, für, fürs Künstlerische, ne. Also, ich frag halt, weil ich hab letztens nochmal den Film Braveheart mir angeguckt und hat ja auch ein sehr, äh, ja, also, wenn du Braveheart gesehen hast, dann checkst du auch relativ schnell, dass halt auch, ich glaub, Titanic war derselbe, ähm, ähm, und, äh, ich muss sagen, also, mich hat's doch getoucht, also die Musik wahrscheinlich, äh, ja, also, es ist... Ja, er füllt ja auch seinen Zweck, ne, also ohne, ohne Frage. Ich schäme mich jetzt grad ein bisschen zu sagen, aber es hat voll geklappt. Also, es hat, äh, völlig, also, die Bilder zusammen dann mit diesem, äh, leicht, äh, keltischen Sound, ne, so Dudelsack, und, äh, die haben, haben die nicht, was haben die denn für eine Flöte irgendwie? Die haben wir... Tin Whistle? Ja, ja, genau, und, äh, also irgendwie, ich weiß auch nicht, es hat mich völlig berührt, auch wenn's wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich völlig drauf reingefallen auf deren Tricks, aber... Ja, das ist wieder so ein Männerding, ne, wir wollen halt stark bleiben und so, ne, wir wollen ja jetzt hier nicht, äh, dass uns die Emotionen überlaufen und so, ne, das müssen wir überwinden, Sinan, das geht so nicht. Ja, ich hab, ich hab, ich hab mit nach Freundin geguckt, es war zum Glück, äh, sehr dunkel, sie hat nicht gesehen. Ihr müsst heulen, ja, ja doch, ihr müsst euch in die Arme fallen und beide heulen, das ist ganz... Aber es war, es war wirklich, es war, äh, der Film, ich fand den nochmal, also ich hab den zuletzt vor 10, 15 Jahren gesehen und er hat mich nochmal wirklich mit, also wirklich der Musik, ich hab ihn auch auf der, sozusagen im Heimkino geguckt mit Mega der Anlage, wir hatten Subwoofer an und also da, da hat alles gestimmt, ne, Raum war dunkel, großer Fernseher und so und ich fand's klasse, weil, weil mich die Musik wirklich mal wieder, äh, und ich, ich hatte so diese Momente, wo ich so gedacht hab, ne, ähm, gerade achte ich gar nicht drauf, wie's gemacht ist, sondern wahrscheinlich, vielleicht klappt das bei mir ganz gut mit Bild in Kombination, weil mich das Bild so, sozusagen so ablenkt und der Sound ist so, der, der, der kommt dann einfach und ich, ich achte nicht nur sozusagen auf den Sound, ich, da hab ich's, da hab ich halt das geschafft, was du eben so meintest. Das ist cool. Das ist so einfach, äh, da hat's mich irgendwie nochmal getoucht. Ja, das ist halt ganz geil, wenn man auch mal von bestimmten Dingen keine Ahnung hat, ne, da kann man sich dann immer noch ganz gut verzaubern lassen, ne, also jetzt, ich mein gut, du bist ja auch Videoproduzent, kennst dich da ja auch aus, aber, ähm, ich glaub so im Ergebnis, ne, was so ein fetter Hollywood-Film so auffährt an Geschützen, ne, der, der schafft's dann einfach doch, dich auf so vielen, äh, Sensoren und Sinnen anzusprechen, dass es dann doch auch ganz immersiv ist, ne, und dich völlig mit, äh, überflutet. Hast du eigentlich schon mal, äh, ein ganz anderes Thema, äh, Virtual Reality ausprobiert? Ja, hab ich, äh. Und wie ist das so, ist das auch so, dass man sich so über, ne, dass man so komplett eintauchen kann? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Es ist krass, also ich glaube, es ist ein Game Changer, auf jeden Fall, ähm, also gerade, also ich, ich war so ein bisschen überrascht, Facebook hatte ja Oculus Rift gekauft, also Oculus Rift ist sozusagen so einer dieser Hersteller von diesen Brillen, da gibt's ja jetzt so mehrere, Sony hat eine, äh, Valve hat eine und so, und Facebook ist eingestiegen bei Oculus Rift und haben dann auch irgendwie so gesagt, das wäre jetzt dann irgendwann auch voll spannend für Facebook, weil dann FaceTime und so, und da hab ich aber dann so gedacht, nee, also da seh ich das irgendwie nicht. Das wär vielleicht nochmal ein Thema für ein, zukünft, für eine zukünftige Episode eigentlich, ne, weil, ähm, da, ähm, da muss ich auch sagen, so die, die Richtung, die diese ganze Social-Media-Riege da, äh, äh, eingeht, ähm, könnte man, glaube ich, auch nochmal extrem sich drüber diskutieren. Also, grundsätzlich sag ich aber dieses, äh, mit diesen, mit diesem, mit diesem Virtual-Reality-Brennen, das, das ist, äh, es ist einfach krass, weil, also das Krasseste ist eigentlich das Head-Tracking, also, dass du, dass diese Brille ja im Prinzip checkt, in welche Richtung du deinen Kopf bewegst, ähm, und dadurch hast du eine viel, viel stärkere Wahrnehmung des Raumes als diese Stereoskopie, die man bei, äh, Filmen hat mit dieser Brille, ne, ne, diese 3D-Brille, da bin ich gar nicht so der Fan von, weil du hast zwar so zwei Ebenen, aber das ist ja nicht wirklich dreidimensional, weil du kannst dich ja nicht bewegen und das Bild verändert sich, du kannst ja nicht um das Objekt herumgucken, ne, du bewegst dich, aber du kannst niemals um das Objekt herumgucken. Aber weißt du, was mich wundert, äh, ich war zum Beispiel neulich mal auch für einen Job im UCI-Kino, hier, äh, da gibt's ja diese Eisens-Säle, ne, und ich hatte die große Ehre, da, äh, die Pre-Show für zu produzieren, also auch Surround, mit Dolby Atmos sogar, und, ähm, ähm, ein riesen Screen, das ist schon, äh, beeindruckend, und der Sound ist auch fantastisch geil, ähm, und trotzdem streamen das die Leute über Kinox.de, ne, und, äh, woran liegt das? Glaubst du, ähm, man vergisst das, äh, oder glaubst du, das spielt für viele dann doch nicht so eine Rolle, äh, wie groß der Screen ist, Hauptsache die Geschichte ist geil, oder so? Also du spielst, du fragst im Prinzip ja jetzt so, warum, also das im Prinzip ein Produkt, was sehr aufwendig produziert wurde, für eine Wiedergabemethode, die einfach gigantisch ist, und dann guckt man sich das nachher gestreamt auf dem Laptop an, oder auf dem Handy oder so, das ist ja, da kommt natürlich überhaupt nicht die Wirkung rüber, die das damals geplant war. Ja, genau die Diskussion hatte ich letztens mit einer Freundin, und, äh, ich, ich kann's dir ja nicht so genau sagen, also ich, ähm, also ich würde es nie tun, das wäre mir der, der gute Film, der wäre mir zu schade, weil es gar nicht so viele gute Filme gibt, und wenn ich einen guten Film hab, dann will ich, dass das ganze Setting stimmt, weil, ähm. Aber du weißt ja auch vorher nicht, ob der Film gut ist, ne? Ja, das stimmt natürlich, ähm, aber ich bin auch ein sehr, sehr großer Filmliebhaber, also das heißt, ich, ich geb vielen Filmen lieber die Chance, mich zu überzeugen in einem guten Setting, äh, aber für mich ist das auch ein absolutes No-Go, äh, ich hab, ich hab, kenne auch Leute, die sagen dann, dann sagst du, hast du den Film gesehen? Ja, ja, hab ich letztens, ähm, da hab ich dann nebenbei, lief der dann auf dem Tablet, hab ich auch mal geguckt, und dachte ich so, wow. Wow. Ach, du meinst, es gibt Leute, die haken, das ist ja so absurd, den und den muss ich sehen, Star Wars muss man gesehen haben, und, äh, wo ist dann egal, Hauptsache ich kann nicht reden, oder so, ne? Ja, ich weiß nicht. Meinst du, um mal wieder auf die Musik zurückzukommen, meinst du, das ist bei Künstlern, also bei so angesagten Main-Acts, so Main-Stream-Acts, ne, die ja auch dann so auf Tour gehen, und wo vollkommen klar ist, in welchen Hallen die spielen, glaubst du, viele, äh, Besucher kommen da auch einfach nur hin, weil die denken, ja, der ist halt jetzt grad in der Stadt, muss man gesehen haben, geh ich mit ein paar Freunden hin, dann haben wir, unternehmen wir was zusammen, aber so der Riesen-Fan jetzt, von dem bin ich nicht, dass ich, äh, dem jetzt, äh, weil, weil ich seine Musik oder ihn so abfeier, ähm, die, 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 die Kohle in, in Rachen, äh, schieben muss, sondern man macht, das ist einfach auch so Lifestyle und Mode einfach. Äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, und zwar nicht, äh, also ich weiß es nicht jetzt bei einem Künstler, aber ich weiß, dass das bei Festivals so ist, weil mittlerweile werden ja auch Festivals gehypt, so, du hast ja zum Beispiel Musik so immer ganz stark, war Tomorrowland, ne, Tomorrowland war in Belgien hier so, das, der Place to be, so, und da hab ich spannende Kommentare im Internet gelesen, da haben welche gesagt, ähm, also da kam dann irgendwie, genau, die, die, da war irgendwie ein anderes Festival, und das hat jetzt auch irgendwie Werbung gemacht mit einer riesen Bühne, und dann schrieb einer drunter, äh, wow, ähm, Tomorrowland brauche ich nicht, äh, das ist mein nächstes Ziel. So, also, dem war völlig egal, also, das, wo er hingeht, er wollte dahin gehen, wo, wo es gerade einfach das krasseste ist. Ne, also, und wenn man sich jetzt überlegt, so, das, das Event, also, er wollte, da hab ich ihn auch gefragt, ja, da hab ich so gesagt, also, du willst, dir ist egal, wer da aufliegt, du willst zu dem Festival, was jetzt aktuell das gehypteste ist, und dann hat er auch ganz ehrlich gesagt, ja, einmal auf den Hypetrain aufspringen und genau das machen, was jetzt gerade einfach, äh, der absolute Zeitgeist, dem Zeitgeist hier jetzt aktuell entspricht, und ich kann mir vorstellen, dass das eben identisch ist, dann auch zu einem, zu einem Konzert von irgendjemandem, ja, jetzt ist, ich, du darfst mich niemals nach irgendwelchen aktuellen Namen fragen, ich weiß nicht, wer jetzt gerade der aktuelle. Mike Singer, Mike Singer ist jetzt voll, voll der Durchstarter. Ich glaub, warte mal. Ich glaub, für die, für die DJ, ähm, oder für deine, deine Fans ein, äh, völlig unbekannter Typ, aber, äh, ich, ich, ich hab jetzt schon, äh, ein paar Mal über, auf den Webvideopreis angespielt, das muss ich jetzt noch einmal machen, ähm, weil ich hatte die große Ehre, da im, im Planungsteam mit dabei zu sein, und gestern war der, und seitdem ist mir auch so ein irrsinniger Stein vom Herzen gefallen, dass die Veranstaltung jetzt echt über die Bühne gegangen ist, und, ähm, Mike Singer ist halt da so ein Typ, der da jetzt der große neue Newcomer-Show-Act ist, vielleicht kann man das auch, auch mal ganz transparent sagen, der Webvideopreis, ähm, muss natürlich auch immer gucken, ähm, wie, ja, so, ähm, wer, wer so verfügbar ist an, an, an Acts, die vielleicht, äh, auch Bock haben, und die auch live spielen würden, und den man sich halt einfach leisten kann, ne? Also, ähm, ähm, ich weiß nicht, so ein Ed Sheeran oder so wird da, glaub ich, so schnell nicht auftreten, wer weiß, vielleicht, vielleicht, ja, wer weiß, was nächstes Jahr ist, aber, ähm, man muss natürlich immer ein bisschen gucken, und Newcomer sind halt immer sehr dankbar, auch für die Möglichkeit aufzutreten, und so weiter, und so fort, und Mike Singer hat halt jetzt, ähm, macht halt Social Media-mäßig jetzt grad so ein bisschen, ähm, die Runde, ist auch demnächst auf den Video-Days, der Main-Act, und ich hab den halt gestern neu gehört. Okay, also der, den, 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 also das ist jetzt, äh, wirklich, den sollte, der ist gut, und den sollte man sich geben, oder? Äh, ja, es ist, kommt, es ist, es ist schon von der, um mal wieder das, das böse Wort Zielgruppe anzusprechen, ich finde, das Wort sollten wir eigentlich verbannen aus dem Podcast, äh, aber ein letztes Mal noch Zielgruppe, ähm, das sind eher die Jüngeren, das muss man schon sagen, er selber ist ziemlich jung, und, äh, dadurch auch noch eine wahnsinnige Projektionsfläche, ich glaub, Leute in unserem Alter, die, die fordern schon mehr Charakter einfach ein, ne, also jemanden, der auch, ja, so, einfach auch mehr, mehr Spektrum einfach abliefert, an, an Stimme, an, aber auch an Botschaft, und so weiter, aber, äh, das soll jetzt keine Kritik an Mike Singer sein, aber ich, ich denke mal so, unser Ding wär's jetzt nicht. Okay, das hast du ja sehr diplomatisch ausgedrückt, ja. Ja, ja, so bin ich, so bin ich heutzutage, ja. Ja, ja, ja. Aber um deine Frage nochmal zu antworten, ich glaub, dass, ich glaub, dass... Scheiße, ja, wir driften zu krass ab, genau. Definitiv glaub ich, dass, ähm, dass, ähm, dass, dass viele Leute auf irgendein Konzert gehen von, einfach, weil's grad der Name ist, und, ähm, ja. Ich glaub, man kann das denen auch gar nicht richtig vorwerfen, also darf man nicht, weil, ähm, das ist mal, du musst das ja auch so sehen, jetzt, sagen wir mal, es ist Wochenende, und du hast jetzt einen ganz normalen Job gehabt, du hast auch gar nichts mit Musik zu tun, und du willst jetzt irgendwie auf ein Konzert, und du, keine Ahnung, du hörst halt Radio, aber du hast gar nicht die Zeit und die Kapazitäten und die, sich so super damit zu beschäftigen. Was nimmst du denn dann? Ja, dann gehst du doch, nimmst du doch Ed Sheeran, oder nicht? Dann gehst du in einem Ed Sheeran-Konzert, und dann wird das schon cool sein. Also, oder nicht? Ja, und da sind wir auch wieder an einem spannenden Punkt. Ed Sheeran ist zum Beispiel einer, den ich auch sehr gut finde, ne? Weil der, äh, auch so, ich sag mal, aus einfachen Verhältnissen so stammt, und, äh, vor fünf Jahren noch, äh, bei irgendwelchen Dorffesten gespielt hat, hatte nur seine Gitarre und seine Loop-Station. Und, äh, das Krasse ist, jetzt spielt der halt irgendwie im Wembley-Stadion oder sonst wo, und hat immer noch seine Gitarre, seine Loop-Station. Das muss man sich mal reinziehen, dass der zigtausende bespielt mit ner fucking Akustik-Gitarre und ner Loop-Station. Aber dann hat er es, ich sag dir auch drauf. Das ist echt vereint. Er hat's wirklich drauf. Das muss man doch dann nochmal so sagen, also. Das ist wirklich, äh, wirklich cool. Ähm, aber es ist halt auch heutzutage gar nicht mehr so einfach zu entscheiden, ne? Ähm, ähm, also zu wissen, gerade wenn man jetzt, ähm, selber nicht im, im, in der Materie steckt, äh, wer hat's wirklich drauf? Das ist, das ist superschwierig. Guck mal, wir sind, wir sind Musik-Experten, und wir müssen, und wer tut nur so. Wir müssen, wir müssen, ähm, wir müssen wirklich manchmal fünfmal hinschauen, um zu verstehen, äh, hat er es jetzt drauf? Oder ist das wieder ein Gesicht einer ganzen Truppe? Also, sozusagen, der Frontmann von 20 Leuten, die da im Hintergrund agieren. Das ist halt superschwer zu verstehen. Ich wusste bei Ed Sheeran zum Beispiel, dass du das jetzt sagst. Ich, ich hab den dann, wie gesagt, nicht verfolgt. Ich hätte dir nicht sagen können, ich wusste, der kann Gitarre spielen. Das hab ich über YouTube-Videos gesehen. Ich wusste, der konnte, ähm, der hat so, was der auch mal gemacht hat, irgendwie, die haben dem so, so Songtitel genannt, und der hat die alle singen können, sofort. So, da hab ich schon gesagt, okay, der wird nicht unmusikalisch sein, ne? Aber ich wusste jetzt auch zum Beispiel gar nicht, produziert der selber, ist der selber kreativ dabei, oder ist da eine Truppe hinter? Das weiß ich alles gar nicht, ne? Und irgendwann fange ich natürlich auch so an, dann baut sich so eine, so eine, Skepsis wäre zu krass, ähm, so eine, ich bin so ein bisschen vorsichtig, bevor ich etwas zu schnell zu gut finde. Ja, genau, also ich glaub, diese Skepsis ist echt so gelernt einfach in dieser Welt, ne? Weil man schon merkt, so, 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 wenn du jetzt jeder Werbebotschaft einfach folgst, ne? Wenn du, wenn du fremden Leuten blind vertraust, ähm, dann hast du, ja, tendenziell verloren eigentlich, so, so traurig das ist, ne? Ich versuch ja eigentlich auch immer sehr offen zu sein, also gerade so bei Erstkontakten, die so per Mail sind, ne? So, ist das jetzt Spam, oder will da einer mich irgendwie komplett abzocken, bis ich, bis ich echt mal davon ausgehe, ja, wer weiß, vielleicht will der einfach nur ein cooles Projekt mit mir starten, ne? Da gehen bei mir so viele Filme erstmal ab, ne? Das sind, glaub ich, so Schutzmechanismen, ähm, ja, die, die, die braucht man anscheinend, aber es ist auch schön, wenn man die überwinden kann, ne? Aber da, glaub ich, grätschte halt auch diese ganze, diese ganze YouTube-Welle rein, ne? Das war nämlich ja auch so ganz immanent beim Fernsehen, da wusste es ja auch nicht, ne? So, es waren ja auch riesig krass aufgeblasene Produktionen, wenn ich jetzt mal so an Wetten, dass oder so denke, äh, aber du kannst auch jetzt immer noch diese ganzen Formate nehmen, wo natürlich die Leute super geschminkt sind, wo nicht immer so klar ist, ist das jetzt live, ist das aufgezeichnet und so weiter und so fort. Ähm, und dann kommt YouTube an, wo die Leute ihre Kamera selber halten und so und wo der Zuschauer auf einmal wieder eine Chance kriegt, aha, so ich, der schneidet selber, ne? Der filmt selber, der erzählt selber, der hat sein Konzept selber, so, ähm, wirklich doch mal den Typen da kennenzulernen, ne? Und da, ähm, hinter zu sein. So, und dann, was passiert jetzt über die Jahre? Wird professionalisiert. Genau, da, da, da entstehen auch Teams, ne? Und das ist schon spannend, so bis, also, die Leute machen es, glaube ich, schon mit auch, ne? Also, es ist, glaube ich, schon so, dass die, dass das Ergebnis ja dann halt auch schon schicker aussieht, wenn es jemanden gibt, der das Colorgrading dann halt separat macht. Und ich denke mir dann auch, ja, warum auch nicht, ne? Äh, und das war, das hat, ich hatte das doch bei Bibi, äh, in meinem Video, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, direkt am Anfang, wo ich mich gewundert hatte, dass Bibi immer noch einen beschissenen Raumton hat. Die hat viel, ne? Ach so, ja. Da denke ich mir auch manchmal so, das ist wahrscheinlich, also, das war mal eine Theorie, dass, das ist, ähm, dass man es auf eine gewisse Art und Weise gar nicht zu krass professionalisieren will. Damit es noch diesen Charme und diesen Charakter hat von, das ist die Bibi aus ihrem, aus ihrem Kinderzimmer. Ja, LeFloid ist das, macht das, glaube ich, auch. Der hat ja auch Millionen Abos und hat, benutzt, glaube ich, auch Kameraton. Ja, genau, genau. Dann traut man denen mehr so Authentizität vor, äh, zu. Weil die klingen so, immer noch so schlecht. Ja, ist ja auch, guck mal, ich wette, unser Podcast ist mega fake, weil wir erstmal unser Vorgespräch weggeschnitten haben, wegzensiert haben. Und weil du jetzt nochmal EQ-Limiting-Kompressor auf unsere Stimmen jagst, damit wir mega sexy rüberkommen. Und dann klingt das so wie aus dem Radio. Und in Wahrheit sind wir gar nicht so. Das ist völliger Quatsch und ich poliere das jetzt soundtechnisch so auf, dass jeder denkt, ja, hier, Massenmedien, ARD hat das produziert, den darf man eh nicht glauben und so. Ja, das wäre geil, wenn es von Waves nochmal so eine One-Nob-Reihe gibt, wo man so einen Lustigkeitseffekt noch mit auf die Podcast-Spur setzen kann. Das wäre doch mal echt cool, ne? Du machst, du findest so die magische Frequenz für Witzigkeit. Wir wollten ja nicht über Frequenzen reden. Ihr merkt, wir haben immer noch so eine gewisse Identitätsfindungskrise. Sag mal, hast du noch Themen auf uns? Ich weiß nicht, wir sind jetzt in einer zeitlichen Barriere gleich angelangt, wo es schwierig ist, kann ich mir sagen. Ja, er ist perfekt. Ich bin aber auch emotional an so einer zeitlichen Barriere angekommen, wo ich dachte, jetzt sollten wir auch mal das einfach in die Welt hinaus posaunen. Und einfach mal den Hunden jetzt zum Fraß vorwerfen und einfach mal schauen, was war gut, was war besonders gut. Und dann letztendlich müssen wir ja dann mal einfach gucken, in welche Richtung das geht. Also ich finde es schon cool, auch mal ein bisschen über YouTube oder so zu quatschen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, Social Media und sowas mit einbinden. Und ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlimm, wenn wir mal nicht jetzt nur über Musik reden, weil irgendwo ist es ja auch Unterhaltung und ich mache da sowieso schon länger nicht mehr so die Grenzen. Was ist jetzt Musik? Was ist jetzt Film? Wo ist jetzt Konzert? Was ist jetzt aber noch Ausstellung oder so? Was ist Installation? Was ist Aktionskunst? Und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir haben jetzt erst mal Energie ins System gegeben. Das war der Plan. Und wir schauen jetzt einfach mal, was zurückkommt. Und dann ziehen wir ein Fazit. Genau. Und dann machen wir einen großen Strich drunter und lass es versauern im Äther der weltweiten digitalen Welt. Gratuliere ich erst mal allen, die bis hierhin zugehört haben. Ja, genau. Jetzt müssen wir natürlich noch den ultimativen Preis ausloben. Fuck. Hast du nicht noch ein USB-Kabel? Alle, die bis hierhin zugehört haben, ihr gewinnt, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, einen zweiten Podcast. Das ist aber ein Wort. Au ja. Da muss ich aber sofort liken. Okay. Also sollen wir noch Werbung machen für unsere Kanäle? Alles verlinkt. Ich hoffe sowieso, dass natürlich die Leute im Podcast hören. Und wenn unsere beiden Channels sowieso abonniert haben. Also das sollte man tun. Okay. Na denn. Bis demnächst. Ciao. Bis demnächst. Ciao.